Das ist der Butterkuchenland, das es in so einem Land gibt und was ich tolle Sachen mache und die sind ja begeistert von ihren Butterkuchen, glaube ich. Welcher ist denn der? Das ist der Butterkuchenland. Das machen wir seit 1962, wegen Tagungsslagung. Nein, seit 1962. Nein, das ist bei der Meisterbrüche, die sind so zischt. Und dann haben wir diese Bilder auch gleich, dass das wieder so mehr beim Geisterbrüchen richtig ist. Und wenn nicht, dann ist das so. Ja, also da hole ich mir aber möchte Kaffee mit sich angehauen. Wundervoll, also mir ganz egal. Allein schon was ich geschrieben habe auf der Seite. Da kaufe ich den nächsten Mal für halbes Wechsel mal ab. Das sage ich mir recht selten. Ja, gerne. Alles klar, das macht mich gefreut. Tschüss.